Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth, wir waren bei den Challenges stehen geblieben, mein Sound ist viel zu laut, jo checken wir doch mal die Nummer 7, Suicide King. Oh no, seriously, my reflection, Ipecac, Mr., ne nicht Mr. Mega, das Ding was dafür sorgt, dass wir mehr Bombendamage verursachen, sweet baby Jesus. Ah, okay, dann checken wir doch mal schnell unsere Pillen, Tearsap und Lockdown, okay. Also wir können theoretisch auch Gegner treffen, aber nur theoretisch, wenn man nicht so schlecht ist wie ich. Okay, das könnte tricky werden. Okay. Oh je, oh je, das wird ätzend. Famine. Au. Oh no. Ja, das wird auch ätzend. Oh, aber wir spielen als Lazarus, das heißt wir respawnen einmal. Interessant. Nächster Floor. Ganz ehrlich, das wird immer abartiger. Wow. 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 Okay, aber es sollte irgendwie machbar sein. Oh je, oh je. Ähm, okay. Envy. Okay. Au. Und letztes Stückchen Envy. Komm schon. Au. Dang it. Reset. God. Das hier. Äh. Also hier hat sich Nikalis ja echt mal den absoluten Scherz erlaubt. Okay. Nope. Dang it. Oh. Dang it. Dang it. Ich verstehe den Titel des Challenge Runs auf jeden Fall. Suicide King. Macht Sinn. Okay. Noch ne Bombe. Aber ich tue mal mein Bestes. Öp. Ich weiß nur nicht, ob ich das auch wirklich gebacken krieg hier so. Oh. Retro Room. Au. Au. GG. 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 Rote Herzen. Nein. Cancer. Damage. Nee. Tears Upgrade. Retro Room. Dieses Lockpick Dingens. Master Lockpick oder so. Ähm. Man braucht keine Schlüssel mehr um, ey. Perfekt. Goldene Truhen zu öffnen. Vielleicht. Ne bessere Möglichkeit als Cancer. Nehmen wir es mal mit. Pille ist I can see forever. Zeigt uns den Zugang zum Secret Room. Top Secret Room. Und zusätzlich, äh, können wir auch eintreten, ohne aufbomben zu müssen. Äh. Äh. Almost. Versuchen wir das Ganze nochmal. Okay. Perfekt. Demon's Tale. Nehmen wir das lieber mal mit. Ups. Ohne my Reflection wäre das gar nicht so übel. Okay. Das wäre die Widow. Und Blood Cloth. Damage und Range. Oh no. Dang it. Aber okay. Basement 2. Und auch das hier ist wieder so ein Moms Heart It Lives Terminierter Challenge Run. Darauf hatte ich jetzt mit Absicht erstmal nicht geachtet beim ersten Versuch. Nope. Okay. Auch der nicht. Auch der nicht. Auch der nicht. Verflucht nochmal. Du scheiß Fliege. Geht doch. Okay. Send. Äh. Da ist schon mal unser gemütlicher Boss. Oh no. Okay. Send und Bosskampf gegen Monstro. Hier müsste es sowas wie ein Paranautical Activity geben. Sowas wie Blast Shield. So. Immun gegen Bomben bräuchte man. Und so Sachen wie Holy Shield zählen nicht. Weil das funktioniert nur einmal pro Raum. Magic Scab. HP und Luck Upgrade. Okay. Dann sind wir auch hier fertig. Nächster Floor. Caves 1. Catacombs 1. Catacombs 1. Ah. Erstmal einen Haufen Beelecker. Natürlich erstmal schön Schaden genommen. Und 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 und. Yes. Okay. Nein. Mist. Wieder Schaden genommen. Oh je. Äh. Keybagger. Oh. Smartfly. Revengefly. Jedes Mal wenn wir getroffen werden wird. Also einmal pro Raum natürlich. Okay. Und. Okay. Äh. Wenn wir das erstmal im Raum getroffen werden wird unser kleiner Familia. Orbital Fliegenfuzzi hier. Von so einem gemütlichen kleinen Orbital Fuzzi. Zu einem Familia wie Dead Bird. Ah. Dang it. Stuck. Und GG. Ja. GG. Ah. Stuck. Schon wieder. Soviel zu meinen schönen HP Upgrades. Und. Ende Banane. Das könnt ihr voll haken. Ich spiel nen anderen Challenge. Cat got your tongue. Sind wir Gappi? Äh. Nö. Schon wieder einer von den Challenges. Okay. Ähm. Wir haben mal wieder einen von den Challenges wo wir nicht schießen können. Wir haben nur unseren geliebten Gappis Hairball und Kamikaze Fliegen von Gappis Head. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier genauso ätzend wird. Das hier sind keine Challenges. Das hier ist Bullshit. Das hier ist schlimmer als Solar System. Also als der Solar System Run meine ich damit. Das dürfte zumindest alle gekillt haben. Tammy's Head. Normale Tränen. Kein Interesse. Bleib ich lieber bei Gappis Head. Boss. Boss. Na? Okay. Okay. Äh. Ach. Nöööö. Isaac. Warum hasst du mich so? Oh. Okay, das hier wird echt nicht angenehm, nicht im geringsten Old Bandage, HP Upgrade, jetzt habe ich hier so eine ungefähre Vorstellung, was uns erwartet, wir sind Guppy, wir können fliegen, wir spawnen auch Kamikaze fliegen, würden wir zumindest, hätten wir Tränen. Das fiese an dem Ding hier ist, okay, wir müssen wenigstens nur bis zu Moms Foot kommen, das fiese an dem Ding hier ist, wir können nicht schießen, wir haben nur unsere tollen Kamikaze fliegen und die, ouch, spawnen wir nur, wenn wir Sachen mit unserem ollen Gappi's Hairball, dem komischen braunen Ding, was hinter uns herfliegt, treffen und sonst nicht. Und Gappi's Hairball ist etwas schwierig zum manövrieren. Alter! Geht doch. Also, äh, verzeiht mir, wenn ich jetzt hier ein bisschen nachlasse mit dem Kommentar. Weil das hier ist, glaube ich, genauso beschissen wie, uh, Suicide King. Aber hey, Platinum God, oder Real Platinum God, was will man da machen? Ich meine, ich muss ja auch noch den ganzen Bullshit mit The Lost durchziehen. Okay, ouch. Okay, und das wär das. Dann spawnen wir unsere Kamikaze fliegen und begeben uns weiter auf die Suche nach unserem Bossroom. Oh je. Loaded Spiders. Okay. Und okay. Mehr Kamikaze fliegen. Boss? Nope. Boss muss also nach hier links sein. Okay. Ich hab hier echt wenig Hoffnung, dass ich das hinkrieg. Wenn ich irgendwas treffe, ist das mehr Glückstreffer als alles andere. Außer bei solchen Sachen. Denn hier solche unbeweglichen Ziele zu treffen, ist relativ einfach. Wenn der Kram aber zurückkämpft, oder Pin ist, was nicht gerade viel besser ist. Pin erwischt. Stem Cells. Brimstone. Nein. The Mark macht zumindest schon mal mehr Damage für unsere Fliegen und 9 Lives aus Prinzip, damit wir noch ein paar Mal sterben können. Und dann verschwinden wir auf den nächsten Floor. Ich hätte mir ja einen Brimstone erhofft, aber ich bin mal fest der Ansicht, dass wir trotz Brimstone dann immer noch nicht schießen können werden. Checken wir mal unsere zwei Pillen. Tier Subgrade und Arial Wizard. Macht nichts, wir können eh nicht schießen. Autsch. Autsch. Okay, ne Truhe mit noch ne Tier Sub und vor allen Dingen seh ich keine Tinted Rocks, wie es ausschaut. Ich sollte Kamikaze fliegen spawnen. Autsch. Rotes Harz, mehr Kamikaze fliegen. Puter. Immer noch kein Boss. Schön wäre natürlich irgendwas, womit wir uns ein paar Kamikaze fliegen zusammen farmen könnten. Farmen im weitesten Sinne des Wortes. Ich wüsste nur einfach nicht wie. Rusted Key sorgt dafür, dass mehr Schlüsse gedroppt werden. Ja. Und so. Okay. Und ich bin jetzt langsam schon irgendwie ein bisschen sehr aufgeschmissen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich nicht weiß, ob das in irgendeiner Art und Weise irgendwie überlebbar wird. Und das war knapp. Und unsere Pille ist Pheromones. Hm. So wie sich's gehört, war das natürlich auch noch einer von der Sorte explodiert. Toll. Aber hey, noch haben wir keinen Schaden genommen. Ninja Spinnen. Noch ne Truhe mit noch mehr Zeug. Hier wäre die Head of Krampus Technik mal wieder angesagt. Aber wir haben keinen Krampus Head. Also haben wir wohl eher ein bisschen gelitten und kämpfen gegen den Hollow. Natürlich auch noch ein Bombenfliegen Hollow, wie es sich's gehört. Ups, Spirit Hearts. Schnell schnappen. Und Screwed. Hier so ein Shot Speed Upgrade. Hm. Irgendwie ein bisschen sehr ohne Worte. Caves 2. Blutbank. Spuckst du irgendwas aus? Ja, ein Cent. Okay, dann... Gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Viehzeug getötet bekommen. Checken wir doch mal schnell die Boss Trap. Na, goldene Truhe. Kein Interesse. Ja. Dann boosten wir doch mal schnell den Schaden von Gappis Hairball. Mehr Kleingeld und Schlösser. Und sind uns inzwischen sicher, dass unser Boss nach hier rechts sein muss. Really? Schnappen wir uns mal schnell das halbe rote Herz da. Und haben das hier jetzt so halbwegs hinter uns. Ich bin mal gespannt, was der Boss noch so alles mit sich bringt. Schlüssel und goldener Schlüssel. Okay. Wandviecher. Autsch. Ja. Das hier ist eins zu eins. Dasselbe Feeling wie der Solar System Run. Halbes rotes Herz und noch immer kein Boss. Aber hey. Vielleicht haben wir ja eine Chance. Checken wir mal hier. Shop. Bogo Bombs. Wir können mehr Ladung für unser Spacebar Item speichern. Das könnte interessant sein. Goldene Truhe. Uh. Cricket's Head. Damage Upgrade. Für die Leutchen, die zu Hause mitspielen wollen. RK6VYCB7. Okay. Oh. Globens. Stupid Globens. Okay. Noch eine goldene Truhe. Bob's Rotten Head. Spacebar Bombo. Nutzloser Raum. Oh. Dankeschön, Gimpy. Okay. Und noch eine goldene Truhe. Mehr Kleingeld. Schlüssel. Gedöns. Boss. Immer noch nicht Boss. Boss. Jetzt Boss. Wir haben eine ganze Gartenladung von Doomfleiß. Noch einen Cent. Und ein Bosskampf gegen Mega Fetti. Hatsch. Und Mega Fetti ist... Tot. Perfekt. Caffeine Pille. Speed Up Size Down. Unsere Pille ist 48 Hours Energy. Dann... Spawn uns doch gerade mal ein paar Kamikaze fliegen und verschwinden abwärts. Okay. Depth 1. Hm. Komm mal nur nach rechts. Okay. 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 Wir gehen direkt mit dem Besten vom Floor und zwar mit ein paar Floating Knights. Haben wir hier so. Ouch. Okay. Was bist du? Cain's Eye. Now you see your destination. Darunter kann ich mir ehrlich gesagt nicht allzu viel vorstellen. Goldene Truhe. Tarot Karte. The World. Zeig uns das Layout des Floors. Perfekt. Seriously. Okay. Okay. Ähm. Au. Okay. Goldene Truhe. Ganze Haufen goldene Truhen heute. Kurz hinter Mezzo mit Fistula. Ah, fuck. Genau reingeflogen. Verflucht. Ah. Okay. Und Raum überstanden. Yes. Pheromones hebe ich mir auf. Zwar nicht unbedingt für dich. Du kannst mir nämlich nicht viel. Verflucht. Gott. Ich hasse das. Ah. Aber ich kann das anderes machen. Ich kann eine Bombe hier legen. Die müsste eigentlich reichen. Okay. Das Ganze machen wir gerade nochmal. Und den Rest. Können unsere Kami Karts fliegen. Hervorragend. So. Großer Raum. Es graust mich schon. Hey. Anuswolken. Dang it. Muss die letzte. Woo. Okay. Und ich hätte gerne ein halbes rotes Herz mindestens. Schnappen wir uns mal schnell das hier. Und gehen weiter nach hier. Key Bagger. Sorry, dude. Ich habe keine Schlüsse. Ah, fuck. Ich habe vergessen, dass die Viecher fliegen können. Yay. Yay, ich. Okay, rotes Herz. Okay. 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 Du scheinst gerade nicht in der Laune getroffen zu werden. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt aber. Von dir sollten wir ein Eternal Heart bekommen. Okay. Bekommen wir auch. Und Bosskampf gegen... Gurdy Jr. Vier Stück. Seriously. Okay, Pheromones. Verflucht. Mein schönes Eternal Heart. Okay. Okay. Fehlt nur noch eine Gurdy Jr. Erwischt. Das war jetzt mehr Glück als alles andere. Letch Key. Luck Up und zwei Schlüssel. Mann, oh Mann. Dann würde ich sagen... Greed? Nicht Greed. Tidrock. Nice. Spirit Hearts. Spirit Hearts. Ah, verflucht. Ich wollte dir meinen Schlüssel gar nicht geben. Ich wollte die goldene Truhe eröffnen. Egal. Nichts, was wir ändern können. Und nächster Floor. Okay. Grande Finale. Depts 2. Okay. So, noch das Viehzeug hier killen. Und... Bis sie ausweichen. Oh, Tinted Rock. Perfekt. Und Dead End. Oh. Und zwei Hände. Okay, Schlüssel. Schon mal nicht verkehrt. Ähm, Demon Judgment. Normaler Judgment. Gibst du mir irgendwas cooles? HP Upgrade. Nochmal zwei Runden auf dem Demon Judgment. Ey. Missing Page 2. Evil Up. Your enemies will pay. Und... Damit... Können wir jetzt noch schnell die goldene Truhe eröffnen. Schlüssel Eternal Heart. Zwei Bomben. Und dann checken wir mal, ob wir nicht unseren Boss hier irgendwo finden. Bleiche Fettis. Wupp. Dang it. Bombe. Und ein Geist. Na komm. Ja, okay. Erwischt. Hm. Kleinen Moment bitte. Entschuldigung. Irgendwas stimmt hier gerade mit der Tastatur nicht. Okay. Gucken wir mal hier. Oh no. Nope. Das waren die ersten zwei. Und Nummer drei. Goldene Truhe. Überraschung. Mehr Kleingeld. Boss. Nein. Mini Boss. Mini Boss. Das ist irgendwie eine Ironie der Natur, dass der Mini Boss sich selbst killt. Mr. Mega Blast Damage. Hatte ich doch recht beim Suicide King Ding. Mr. Mega war das letzte Item, das ich nicht erwähnte. Au. Okay, dann nutze ich jetzt hier einfach mal schnell ein paar von meinen Kamikaze fliegen. Noch eine goldene Truhe, die ich nicht öffnen kann. Verflucht. Kein Boss. Nope. Okay. Der letzte. Auch okay. Boss. Nope. Dead End. Verflucht. Damage genommen. Äh. Gucken wir mal hier unten. Leider nope. Also ist unser Boss nach hier oben rechts. Interessant. Dann lag ich an und für sicher nicht allzu weit daneben. Okay, das hier ist schön. Zwei Space Ball Ladungen. Au. Noch eine goldene Truhe. Boss. Oh no. Homing Tier aus Arnuss Wolken ist schon ziemlich fies. Pille. Speed up. Seriously. Na okay. Wie dem auch sei. Müssen wir nochmal ganz kurz backtracken. Halbes rotes Harz. Noch ein halbes rotes Harz maybe. Yep. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt gebacken bekommen. Hi Mom. Yep. Yep. Oh, ich sehe einen Tinted Rock. Der könnte mir eventuell den Arsch retten. Spirit Hearts. Spirit Hearts. Halbes rotes Harz. Yo. Gleich haben wir es. Fast. Yes. Okay. Trotz allen Widerigkeiten. Polaroid und. Bam. Rune of Algis freigeschaltet. Äh. Gott ey. So, was haben wir jetzt hier noch? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Öp. Nicht so direkt motiviert. Aber hey. Wir sollten das trotzdem noch schaffen. Nur ich glaube. Nächste EP. Schaue ich mir da mal irgendwie einen von den Challenges an. Obwohl. Demo Man hat sich interessant an. Das ist unter Garantie irgendwie. Mit. Äh. Fides in the Jar. Oder Dr. Fides. Oder wie auch immer der jetzt heißt. Aber okay. Genug davon. Dann hoffe ich. Die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und ich hoffe wir sind uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne. Wie immer von der Barcade. Bye Leute. Aufmermungsans. Aufmermungsans. Aufmermungsans.